Russland bezeichnete den Luftangriff auf Syrien als Akt der Aggression, der die humanitäre Katastrophe in dem Land verschlimmern werde Präsident Wladimir Putin forderte nach dem Angriff eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats Die Antwort aus New York kam prompt. Der Sicherheitsrat braumte umgehend ein Treffen für diesen Samstag an Das Gremium kommt 17 Uhr deutscher Zeit zusammen Der Kreml hatte den Angriff von USA, Frankreich und Großbritannien aufs Schärfste verurteilt Der Militärschlag habe einen destruktiven Einfluss auf das gesamte System internationaler Beziehungen Putin kritisierte, dass die drei Länder nicht abgewartet hätten, bis internationale Inspektoren sich vor Ort ein Bild von der Lage hätten machen können Wie die Reuters neben Russland hatten auch Syrien, Iran und die Hezbollah die Angriffe verurteilt Ali Khamenei, Irans oberster Führer sagte, die Angriffe waren ein Verbrechen und die drei an den Angriffen beteiligten Regierungschefs sind dementsprechend Verbrecher Die Anführungszeichen unterdessen wertete US-Präsident Donald Trump die Operation als Erfolg und feierte diesen am Samstag auf Twitter Perfekt ausgeführter Schlag, schrieb Trump, hätte nicht besser laufen können Mission accomplished Zu den Befürwortern des Angriffs gehörten Kanzlerin Merkel, die Türkei, die Niederlande, Israel und die NATO an Frank K Nederlander zu vehieren Kanzlerin Kr